Herzlich Willkommen zurück Leute, Fortnite Battle Royale, Kunran Kapuze und alle sind mit dabei. Hallo, wo gehen wir hin, Tomato? Auf die Tomate? Ich geh wieder ins Restaurant. Also der Burger. Ja aber ich werd nicht gut landen. Also ich lande da aber ich bin bei weitem nicht erster. Keiner landet auf dem Dach Kapuze. Ich hab einen Gegner im Süden von mir. Habt ihr gesehen wo die anderen hin sind? Einer ist an den Fischladen gegangen. Ach ich hab keine Waffe hier. Ah, keine Waffe. Nix. Ey, die wollte ich verarschen. Ganz die Etage oben gemacht, keine Waffe. So Alex ist ein bisschen weiter weg. Ich weiß wo zwei sind, mir fehlen ja die anderen. Punker kommen jetzt. Süden und Südosten sind es jeweils einer. Noch ganz kurz Electric Loot nehmt. Was ist mit dem Haus hier? Ich hab noch ein Schild dran gefunden. Warst du dran Alex? Ne, hier hab ich kein Land. Oh ja, da ist hier auch einer. Nur Munition, krass. Ja, ich hab auch nur Munition gefunden. Hast du auch gar nix, Stalo, oder wie? Schild dran, Stalo. Fällt jetzt runter. Okay, liegt sogar hier. Okay, also es wurde hier noch nicht geschossen. Stimmt unter uns, unter mir, unter mir, unter mir. Nordwest. Betalu Klaus. Jetzt. Ich steh sie nicht. Die ist low. Hab ich aber wusste, wie ist Kapuze gestorben? Durch Ali Dings? Ich glaube. Einer kommt jetzt Süden. Einer kommt Süden. Okay, dann war das der, der mich jetzt kapusht. Ich lieg nicht um am Balkon. Welche Seite Süden? Okay, dann. Jaja, du kannst ihn aufheben gerade, Kunan, wenn du grad dran bist. Ja, ich geh hoch. Und einer ist noch aufm Berg, äh, aufm Haus. Lassen wir die Munitionskiste gleich. Jaja, alles gut. Einer ist noch Südwesten. Hab ich nen Headshot gegeben, der ist da. Der hier links? Nein, ne? Ne, rechts sehen. Links muss noch da sein. Ja, schön. Ich hab einen 120er-Header gedruckt. Der Diegel schoss. Aber der hat noch ein Schild gehabt. Jaja, ich hatte ihn richtig gut abgezogen. Wahnsinn. Ich hab nen Schild, ähm, Kapuze bei mir. Ich hab auch noch ein Medi-Kit. Hier liegt alles. Ja, auch Medi-Kit. Oh, da ist auch ein Medi-Kit. Ja, wenn du einen hast, nimmst du? Alles gut. Großer Schildtrank. Ich hab auch noch ein Medi-Kit. Alex, hol mal gleich dein Schild, ja. Ich hab's mitgenommen, das Kleine. Hast du zwei Kleine für ihn? Einen. Okay, dann bekommt Kapuze noch den großen Schildtrank hier. Hast du den? Ja, ich dropp ihn dir. Hast du den? Okay, ich hab drei. Ich hab vier. Vier kleine. Okay, wir können aber jedenfalls noch looten. Das, es war nur ein Team hier gelandet, glaub ich. Okay. Alex, wo wir... Ah, da. Mehr hab ich nicht. Danke. Ja, das ist schon gut. Danke. Dann ist mir... Achso. Ich hab dir die Zwickler. Ich hab... Ich kann nix mitnehmen. Okay. Die Diegel ist schon ganz cool. Wenn die nicht so... Die Diegel ist super geil und ich find's ja auch an sich super genau. Das größte Problem. Du kannst halt hinterher, wenn... Also was wir zum Beispiel heute öfter hatten, als wir gezockt haben. Auf große Distanz hast du halt keine Sniper dann. Weil die halt sozusagen den Slot ersetzt. Ja, genau. Und dann kannst du gar nix machen. Im Nahkampf close kommen wir dann Spaß. Bei mir... Bei mir ist ne Pump, kein Einzelschuss. Grün. Ne, grau. Wo kommst du her? Hallo. Hallo, willst du den Eiswagen, Alex? Ich bin fertig. Also ich bin gut dabei. Ich brauch nur ne bessere AR. Großen Eiswagen? Grundwand ist links. Oh, den hab ich bestimmt noch nicht. Also ich hab glaube ich... Da müsste jetzt n Effekt kommen, wenn ich den nicht hab, oder? Ja. Ey. Wir mussten in die Zone. Ich hab nen Jump Pad. Großer Schildtrank oben, komm dran. Äh, blauer AR hier unten drin. Erstmal kurz per Nordenzone. War ich, Entschuldigung. Schüsse. Blauer AR habt ihr alle? Ja. Ja, ich hab ne grüne. Aber die ist grau. Also hast du keine. Wow. Ich hab vor mir seine Sushi gegen sie in Thunfisch. Und ich hab noch nie Thunfisch gegessen. Und ich hab ein bisschen Angst davor, das zu essen. Du hast noch nie Thunfisch in deinem Leben gegessen? Ne, noch nie. Auch nicht gekocht? Weil er stinkt und deswegen will ich ihn nicht. Wow. Und jeder Fisch stinkt. Ja eben. Ich hab auch noch nie Fisch gegessen. Siehst du ein Zäger? Und daher kam auch meine... Ja, das ist ein Achtung. Es stinkt nicht. Aber bei mir ist es, ich will die Meerestiebe schützen. Versteh ich. Versteh ich. Dafür killst du die ganzen armen Kühe, die misshandelt werden. Und giftige Milch produzieren. Ne. Das Statement beendet. Ist eh vorbei. Das Statement ist vorbei, ja. So. Äh, Gegner vor uns. 30. N.O. Vorne auf dieser Brücke. Also auf der Treppe. Und rechts close. Am Turm baut einer. Der kämpft... Oh, das ist eine Dreier-Gang, die am Turm da baut. Sagt Bescheid, wenn ich schieße. Am Turm. Die drei. Die ballern wir weg. Ja. Ja. Okay. Wow. Weniger als ich gehofft hab. Wen hab ich den jetzt eingebaut? Na kaputze. Was macht nix. Bin's gewohnt. So, die anderen sind da ein N. Da ist diese eine Schräge. Ich hab nen Jump Head. Ja, baue mal und geh da hin, komm. Guck mal wo die sind. Tschüss. Wo geh mal hin jetzt? Ich bin einfach nach Norden. Ich seh keinen. Hier oben ist er, also genau an der Treppe ist er gewesen. Ich glaube sogar, dass unser Team das Gewinnerteam gewesen wäre. Ne. Die haben ja nicht gekissert vorher, oder? Der war alleine hier. Der kann nicht weit sein. Vielleicht abgeholt? Das ist nicht... Äh, unten, unten im Basketballkorb. Ja. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist zwei Stege. Und der ist reingelaufen. Der kann man von da rein wahrscheinlich. Der ist direkt vor euch. Ich kann nicht drauf stehen. Hier sind noch einer. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, okay. Alles gut. Ich bin mit dir drinnen, Alex. Da muss noch irgendwo einer sein. Ich hör hier. Ja, ja, nicht da rein. Konrad. Toll. Da ist er. Yes. Waren das nur zwei, oder wie? Ja. Ich mach die Schöpfung. Ich mach die Schöpfung. Da ist er. Yes. Waren das nur zwei, oder wie? Ah, weil... Schuttgarmoni? Ah, ich hab sie selber nicht fehlen. Ich hab sie bekommen. Ja, das wären mehr als zwei. Na ja. Aber wir wurden dann noch beschossen, oder nicht? Oh shit. Ja, hab ich eben auch das gespielt. Ja, genau. Ich dachte hier so Richtung SO oder sowas. Wollen wir mal wieder aus der Stadt raus und höher? Weil jetzt sind wir halt wieder unten. Sonst haben wir den Arschplatz. Ja. Wenigstens da hoch, wo wir waren. Wo das Jumphead war. Da kann man einfach abkommen. Alex, brauchst du AR oder hast du? Ich hab 73 jetzt. Ich kann wieder droppen. Ich hab 190. Ja, ich kann doch mal ein bisschen was geben. Ich hab 103. Oh, keine Ahnung. Ich dropp ein bisschen nachher wieder, Alex. Oh, no. No. Danke. War die hinter uns? War die hinter uns? Ja, ich dachte das war eine von euch. War die nicht hier vor uns? So optisch? Ne, die war hinter uns. Ich hab sie auch gehört. Da kommt die von links. Die kommt aus Osten. Die kann nur von hier unten sein. Ich seh ihn. Auf der, auf der, auf der, auf der Pflege vorne vor uns. Genau da. War ein einzelner Spieler. Ob das der war, weiß ich nicht. Von der Richtung her kommt das hin. Mal gucken, ob er Granaten noch dabei hat. Ich hör Holz, Debs. Ich war hier auf dem Holz. Ne, formiert. Der hat noch Granaten. Obwohl doch, das könntest du sein. Warte mal, wie viel sind das? Es sind eine. Ja, das könnte ja gewesen sein. Ah, noch was. Wohin? 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 Neue Zone, ja. Haben wir noch einen Jump Pad? Ne, ne? Brauchen wir nicht. Also, nicht über den Weg. Da ist noch ein großer Schild dran. Alex komm zu mir. Ich kann ihn nicht mitnehmen. So weit weg. Gut. Ich will eigentlich oben bleiben jetzt. Warum ist meine Treppe gedreht? Ich dachte den Bug haben sie gefixt. Ne, das passiert immer noch. Super nervig. Alter, darf ich mich bitte hoch? Danke. Da muss man manuell den ja wieder zurückdrehen, ne? Ja, genau. Oh, was denn ist da? Da bist du fast runtergefallen. Ich wollte eigentlich ein bisschen unter dem Wasserfall einen Boden bauen, aber es ging nicht. Wenn du ganz am Rand läufst, wirst du noch nicht langsam. Es ging mir nicht um langsamer oder schneller sein. Ich wollte nicht von links gesehen werden. Ich wollte einfach so eine Etage runtergehen. Ja, beim Runterspringen Boden. Wieso kannst du auch Häuser runterspringen? Ach, da wolltest du ganz runter. Richtig. Ja, okay. Da habe ich aber gesehen, dass da kein Boden hin kann. Dann habe ich noch nach links gedreht. Du bist verstanden. Nix zu sehen. Ja, erinnert sich jetzt. Zwei Airdrops Richtung Norden. Zwei Stück am Zonenrand. Die werden schon nicht schlägt. Soll ich jetzt mal nach links gucken? Also ja, von Sol, vom Loot Lake könnte da jetzt noch was kommen. Ah. Das sind jetzt sogar drei Airdrops. Dann ist noch einer. Links von uns. Komm mal, den schieß ich mal an. Ne, den auch nicht. Oder? Der Silent. Die kommt nicht so weit. Da bauen welche. Im Norden. Ein Airdrop wollen sie sich catchen, wie es aussieht. Die werden beschossen. Ja, muss aber auch close up. Am Baum. 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 Ich hab sechs, äh, Raketen nicht erkannt. Oh, ne! Er slow! Harbin? Ja. Raketen. Oh, da hat er irgendwas. Hat er ein bisschen Munition oder irgendwas? Keine... Ich dropp, Muni. Ah, er. Jo. Darum nimm du den Slurp hier. Ja, du dropp die Raketen bitte. Ah, hier, hier. Ich hab keine Raketen. Ah, dahin. 200 von... von... Ich dropp, ich baue, äh, drop, baue man es hier. Hat jemand Sniper, Muni? Ja. Ja, kann ich da auch. Ich war ja auch nicht hier. Entschuldigung. Das sind doch Raketenwerfer. Ah, ja, ja. Hier liegt noch ein Sniper und... Und ich nehm den Schildrank, den nehm ich mit. Ich hab jetzt fünf kleine Schildtränke und zwei große. Ist gut. Boah, ich hab grad Nemo mehr... Oh Gott, der hab ich mich erschrocken, ey. Uiuiuiui. Hat jemand ein Jumphead aufgehoben? Ja. Sehr gut. Äh... 114, ganz weit weg. Wurde gerade fertig gebaut. Diese Treppe da, die da ist? Genau, richtig. Oder was auch immer das sein soll. Wurde gerade fertig gebaut. Ist doch Holz, oder? Ja, ja. Sieht ganz komisch aus. Aber es lebt noch mehr als nur ein Team. Ich kann da nicht hochbauen. Aber ich könnte, aber dann hab ich zu wenig für den Kampf. Achso. Deswegen lässt du mich jetzt hier bauen. Alles klar. Wie fährst du denn? 150 noch. Also beziehungsweise 148 sogar noch. Ja, ich seh einen. Oh, der hat den Schuss ausgehalten. Zwei Leute gegenüber Osten. Ist der echt Damage von? Ja, er hat ne AK aber. Ah. Da. Da, 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 da. Einer hat mich getroffen. Oh, ich hab einen noch. Oh, gut gegeben. Der eine ist tot. Welcher rechter liegt? Jumphead steht bei euch. Der rennt. Hast du es gesehen? Nein, der ist hier noch. Warte mal. Hinter euch. Hallo, ich bin down. Ich bin down. Die wollen mich finishen. Noch einer üben bei mir. Ne, wo ist er hin? Der läuft unter der Treppe. Unter der Treppe. Ich krieg unter das Ding. Ich krieg. Oh, ich kann da nicht unterkriechen. Geht nicht. Geht nicht? Ne. Ähm. Okay. War... Bist du? Ich hab welche. Sag, auch zwei. Alles gut. Okay. Vielen Dank. Jo. Wie gesagt, da liegt ein Medikit. Ich hab. Ich hab. Gibt's die Schildschränkels noch? Ja. Die hab ich alle. Warte, ich geb dir die. Wie viele hast du? Ähm. Für euch beide genug. Ja. Dalo. Hier. Ein großer Schilddrang. Und varte, 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 noch die zwei kleine. Ja. Obwohl macht der keinen Unterschied. Doch, macht den Unterschied. Wenn ich erst den großen nehm, kann ich die klein nicht nehmen. Von dran. Hier. Jo. Drei kleine und ein großer. Und jetzt hab ich noch fünf Kerne. Aber den zählt. Ah. Schiffen ab. Blauer Kana bringen wir auch auf der Schreck alle. Alles klar. Hier liegen noch mehr Medikids. Wir könnten aber nur eh einen Platz, weil ja auch zwei zwei gehen. Nur zur Sicherheit oder so. Ich könnte jetzt einen Medikit mitnehmen. Also ich hätte einen Sloster. Ich hab neunhundert Holz. Also tausend Holz hab ich. Hat's nicht auch. Oh. Links von hier. Von rechts. Dann lass die die irgendwo. Einer ist getroffen davon. Einer ist down. Moment. Hat der ja schon Loot gedroppt? Nein. Ich hab ihn gefinisht. Sind mehrere? Scheiße. Ich hab grad du hast. Ich hab ihn gekillt. Werden die letzten beiden dann sein, oder? Ich glaub nicht, dass da noch wer ist. Der bohrt da hinten aber noch. Oh Leute. 6th place. Und neun Hundes von allen. Okay. Hattet ihr jetzt nicht gedacht, dass der letzte war. Looten. Hier geht's für euch. Das ist eine schöne Runde. Geht so. Wie viele Kills habt ihr gemacht? Ein. Drei. Neun. Vier. To normal. Leute. Wenn's euch gefallen lasst. Gleich schauen wir einfach bei euch. Seid mal's gut. Tschau. Tschüss. 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 뜬�ts. Kommst mit aufsった. zum nächsten Mal. Tschüss.